Da hast du recht mein Freund Ok ich probier mal von weit auf den zu schießen Aber Du bist ein Freund oder bist ein Freund? Du bist ein Freund Du bist echt ein Angsthase Glaubst du wenn wir hinter den kommen und schießen auf seine Flammdinger dass das mehr bringt Wow ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne Ich hab keine Angst vor dir mein Freund du bist gleich tot Gleich bist du tot so wie ich Au 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 Du bist schlecht 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 Sonst hat er dich aber weggebimmst Wow Ich bin tot Ok dann warte ich Ich löse mich auf Ich bin ich 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 schwier zurück in die Matrix Komm schon nicht brennen nicht brennen nicht brennen nicht brennen nicht brennen Mach den kalt davor Das sind Checkpoints gut jetzt weiß ich was das ist Ich hoffe ich hab meine Sachen nicht verloren Was ist Checkpoints? Wo wir vorbei gelaufen sind Wo ich mal nächstes Level erreicht Gut weil ich gestorben bin hab ich nächstes Level erreicht Er ist kaputt Ich hab das Ding kaputt gemacht den großen Er ist kaputt da kommt aber noch was größeres Ich sehe hier noch Was was Oh mein Gott Ah sag mal wo schießen die denn Ah ich legste mal die Waffe kurz Wow Wow da kommt noch echt viel mehr Wow Ich hab da einen echt bösen Gegner hier bei mir Der snackt mich richtig Was hab ich noch für ne Waffe Was kann die da? Oh ich hab so ne Art Sniper Pistole Das ist gut Oh die haut aber gut rein Verdammt nochmal Das ist ein Wahnsinn der Typ kann echt einstecken Ich weiß nicht wie oft ich ihm ins Gesicht schießen muss Damit er aufhört zum Grinsen Ja ich schieß grad mit der Sniper drauf Bam bam kritischer Treffer kritischer Treffer Aber nichts ist er lächelt mich weiterhin an Wow Geht echt schon ab die erste Folge ja Also die erste Folge Das ist nicht die erste Folge Das erste Gebiet Geht gut ab Ah komm schon Lauf doch nicht weg du Stück Ja ich hoffe das wird noch erklärt dann wie wir uns leveln können Also nicht leveln Leveln tun wir uns automatisch sondern unsere Fähigkeiten Oder verbessern sie sich automatisch Keine Ahnung Ne ne ich hab jetzt da Ach so ein gelbes Feld mit seinen Zielfern oder sag mal so Plus eins Vielleicht bin ich jetzt im Schießen besser geworden Kann ja hinkommen ne Vielleicht ähm Ja ich weiß aber wie man jetzt ins Menü reinkommt Wo du dich leveln kannst Du musst auf dein Touchpack klicken Da kommst du auch in dein Menü Aber ich hab noch nicht genau mich drin umgeguckt Okay ähm äh Ich Das lass ich hier einige Kisten legen ne Ja hier unten sind jede Menge Kisten dann noch Oh Alright Ja dann bastel mal was am Ladeterminal wenn wir die Kisten sammeln Sammeln Gut Erste Folge nenne ich Kisten snaggen Die zweite Folge nenne ich weitere Kisten snaggen Die dritte Folge nenne ich oh schon wieder ne Kiste Vierte Folge oh noch mehr Kisten Und die fünfte Folge wo ist die letzte Kiste Was Moonshot Zylinder was 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 für den Er ist schon wieder viel zu weit hier der Jack Warte mich Ich bin nicht zu schnell ich hab einiges auf den Hüften Wop 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 Zu viele Muskeln he Zu viele Muskeln hier Ähm müssen wir da rüber oder Muss ich in den Lift Ich glaub den Knopf drücken oder Alle Spiele erforderlich ok Ne da passiert Ne da passiert da was Alle Spiele erforderlich um den Vorgang vorzusetzen Was willst denn du jetzt Ah warte mal Der Fahrstuhl hängt hier fest Ja ja wir müssen irgendwie alle Spiele erforderlich Ok das kann man nicht kaputt schießen Na gut dann drücken wir das gleichzeitig 3 2 1 zack Achso warte ich war jetzt hier unten Moment Ah komm ich hier wieder hoch Nein ich komm nicht mal hoch Da ist jetzt blöd Ich renge Vielleicht kann ich dir hochhelfen Warte mal ich renne gerade da rüber Ah du musst auch hier rüber kommen Hier ist ein Zielpunkt Ah gut ich komme Der ist hier auf der Karte markiert blablabla Let's get moving Äh was macht der Oh es dreht sich es dreht sich du musst laufen 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 Was dreht sich da Weiß es nicht Das Ding in dem wir drinnen stehen oder Weiß es nicht Hey wir rollen weg Ah wir sind oben quasi jetzt Gut 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 Jaaa Hier läuft alles ok Wow Ah da hinten sind noch mal Kisten Das da siehst du das? Wo bist du? Da bin ich schon weg Was 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 sehe ich was ne? Das hier Das Dingens hier Das ist ein Checkpoint Ah ok Schalt den Aufzug wieder ein Gut Achso der Typ liegt hier Geh weg 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 Geh nicht weg Oh cool Hier kannst du Sachen kaufen Gut habe ich erledigt Ah Sachen kaufen? Ja kaufen und ähm verkaufen kannst du hier Ich würde gerne andere Waffe kaufen Ähm Hier gibt es Ah hier in dem da anscheinend Moment Einkaufen Aber hier kannst du nur Munition kaufen Ah Munition 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 für gewisse Waffen Verkaufen Verkaufen und kaufen Munition nur Na gut dann ähm Munition brauche ich nicht kaufen ne Habe ich genug Ah Ordner gibt es hier auch noch Achso das Au Achtung da ist wer Objekte Pistolen Oh ich habe schon wieder keine Munition Ah ok da wird es auch Upgrades geben Aber da gibt es jetzt noch keine Wow ich habe dir das Leben gerettet Badwood Das ist nett Das ist nett Das ist echt nett Schilde Ok hier gab es noch nicht wirklich viel zu kaufen Was ist das Was war das Ich habe nicht zugehört Das stimmt Deiner hat gerade gesagt wie war das ich habe nicht zugehört das passt irgendwie Ja Ich gebe es zu Weil es auf Englisch ist ich konzentriere mich nicht auf den Untertitel ich konzentriere mich lieber so was da so abgeht ne Und deshalb Werde ich das alles gekonnt ignorieren und Du wirst mir das alles übersetzen müssen Kann ich da was drücken Ne kann ich nicht Ich habe es nicht zugehört 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 Dieses mal bin ich die Ladung Wenn er meint Ah Okay ich habe den Lift wieder runter gelassen Hoffentlich war es nicht falsch Los hinterher Wir brauchen ihn eh nicht Wir dürfen was tun Ich weiß nicht, ich hab's nicht verstanden. Da kommt was, Berdwood. Da kommt was auf uns zu. Wow, wow, wow. Das herumgebebe Dingens, da geht mir wohin. Wow. Aber wir dürfen da irgendwie rein. Nein, rein, raus da. Wir werden verschickt. Gut, 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 gut. Was, in die Abschusskammer? Gut, 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 so. Oh mein Gott, wir werden abgeschossen. Deine Augen leuchten sogar, war das schon vorher so? Ja, ja, das gehört dazu. Ich weiß jemanden da, der dir helfen kann, kann dir helfen, dass du dich schocken kannst. Ich weiß jemanden da, der dir helfen kann, dass du dich schocken kannst. Ich weiß jemanden da, der dir helfen kann, dass du dich schocken kannst. Bad Wood. Und, wir können reisen. Wo reisen wir hin? Weil, reisen wir hin in 3, 2, 1, hab da, hätte ich nicht drücken sollen. Ich drück schon die ganze Zeit. Achso. Oh, oh, da kommen aber noch mal her. Jetzt, das hab ich ja auch wieder auf Deutsch. Irgendwie komisch. Ja. Vielleicht hat er einen Charakterbewusstseins erweiterte Drogen genommen und deswegen hört er alles auf Englisch. Wow. Es gibt Drogen, auf der man dann andere Sprachen sprechen kann. Gut. Tja, vielleicht. Wenn wir in den Weltraum reisen können, ist alles möglich. Ah, nur Moment einmal. Ist das nicht die Szene von vorhin? Ne, doch nicht. Oder? Ne, ich glaub nicht. Also, wo wir in die Rakete gehen, also... Ne, ne, wir sind jetzt gerade aus der Station hier, die explodiert sind wir geflohen. Ja, und fliegen wir nicht auf die Rakete zu oder auf Shuttle oder was das war? Keine Ahnung, ich, ich tun mir dann noch sowas zusammenreimen. Ich glaub, der Shuttle, was man gerade gesehen hat, waren wir. Ne, das, nein, der weiß gerade nicht, was ich meine, denke ich. Hallo, ich dachte, du wärst dir selbstbewusst. Du bist jetzt zu sterben. Du bist okay? Na, ich kann das antworten. Du bist nicht okay. Okay. The second you open this door, all the oxygen is going to vent and you're going to suffocating. It'll hurt a lot and your eyes will pop like grapes when the pressure differential gets too harsh. So, here's my plan. When you're ready, open the door and follow me to my oxygen bubble. Sound good? Don't answer. Also, wenn die Tür aufgeht, ähm, haben wir keinen Sauerstoff mehr hier drin. Okay, dann lass mal die Tür zu, hätte ich gesagt. Ja, ja, wir bleiben jetzt das ganze Spiel hier. Okay, Leute, das Spiel ist jetzt vorbei. Weißtens haben wir keinen Sauerstoff. Wie gesagt, ah, mach mal da ganz kurz ein, 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 ein Cuti. Ein Cut, ja, genau. Denn, ja, ich hab Angst, dass meine Garte dann den Rest verschluckt oder so. Oh. Wie es oft schon vorkommen ist, ne? Genau. Okay, wir machen dann hier das nächste Mal weiter. Ich würde das jetzt absichern. Oder... Supi. Find ich supi. Genau. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.